Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Karriere, Gesundheit und Liebe an. Auf diesem Kanal werden von Montag bis Freitag Horoskope zu jedem Sternzeichen hochgeladen. Um nicht zu verpassen, abonnieren Sie gerne kostenlos diesen Kanal. Los geht's! Waage Karriere Versuchen Sie, sich nicht von den widersprüchlichen Informationen, die Sie heute umgeben, überwältigen zu lassen. Es wird sicher nicht leicht sein, aus all dem schlau zu werden, aber lassen Sie sich nicht entmutigen. Tun Sie das, was Sie am besten können, gehen Sie einen Schritt nach dem anderen und haben Sie Geduld. Gesundheit Die derzeitige Planetenkonfiguration gibt uns die Chance, die körperlichen und emotionalen Bedürfnisse unseres inneren Kindes, das Bedürfnis, genährt zu werden, das Bedürfnis, gefüttert und gut versorgt zu werden, in die Struktur unserer wachen Stunden einzubringen. Das hilft uns dabei, das umzusetzen, was wir uns für unser Leben wünschen. Daher ist dies eine günstige Zeit, um sich bewusst zu machen, was Ihnen helfen wird, sich in Ihrem Leben sicherer zu fühlen. Fragen Sie sich Was brauchen Sie, um sich gut zu fühlen? Liebe Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, und das gilt auch für eine Beziehung, denn sie erfordert Anstrengung und ein starkes Gefühl der Verpflichtung. Die aktuelle Ausrichtung der Planeten deutet darauf hin, dass Sie, wenn Ihre Gedanken von Ihrem derzeitigen Partner abschweifen und sich mit jemand anderem beschäftigen, darüber nachdenken sollten, warum das so ist. Die Antwort liegt darin, sich Ihren wahren Gefühlen zu stellen und darüber zu sprechen. Seien Sie furchtlos! Vielen Dank fürs Zuschauen! Teilen Sie gerne dieses Video mit Ihren Freunden und Familie. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu finden. Bis bald!